Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Trug? Ihr habt es so gewollt. Und damit ein Hallo und ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearthstone. Ich natt dich möchte eine Revanche. Hi! Ja, Hallöchen. Ja, die letzte Folge lief irgendwie nicht so für dich und jetzt hast du Garrosh ausgepackt, ja? I see. Richtig. Ich hoffe mal, dass ich hier mit meinem Deck ein bisschen mehr machen kann als vorher. Bleibt abzuwarten. Ja, bei meiner Starthand ist, ja, schauen wir mal. Meine sieht jetzt ein bisschen besser aus, zwar nicht so viel besser, aber lässt sich schon was mit anfangen. Ja, dann bin ich ja gespannt. Dann kriege ich ja wahrscheinlich dieses Mal auf die 12. Das bleibt abzuwarten. Eine feurige Kriegs... Ach so, das ist die... Ah, ja. Habe ich wenigstens schon mal an dir Schaden gemacht. Nicht so wie in der letzten Runde. Ja, da habe ich gar keinen Schaden, ähm, genau. Nee, hast du gar keinen Schaden gekriegt. Ja, 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 ja. Ich, ähm, verstehe. Ja, nee, das geht natürlich auch nicht. Ach, ich kann wieder nur das, weiß, das ist halt auch, aber bevor ich die Punkte verfallen lasse, na, ja. Richtig. Was macht denn überhaupt deine Heldenfertigkeit? Was ist denn das? Ach, das ist die Rüstung. Okay. Mhm. Okay. Ach, Mist, ich habe ja erst zwei Punkte. Darf ich jetzt schon drei? Na ja, egal. Jo. So, das brauchen wir nicht. Das... Können wir eigentlich nehmen. Oder... Ich frage mich, ob... Ja, das frage ich mich auch. Na gut. Ja. Ja, okay, dann bin ich fertig hier. Ich bin so fertig. Okay. Machen wir das mal so. Oh, Teddy. Ja, ein böser Teddy. Ein Teddy, ein Teddy. Hm. Ja, das will ich jetzt natürlich nicht spielen. Das ist ja auch echt... Hm. Ach, die könnte ich... Ist eh nur für eins, dann könnte ich die doch nehmen. Ach, okay. Oh. So. Uncool. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das war's. Na gut. So. So, aber jetzt. Ja, jetzt. Ganz genau. Das Ding. Ja. Ja, was machst du jetzt? Ich kriege jetzt immer Karten, die ich im Moment überhaupt noch nicht gebrauchen kann. Das ist... Manchmal ist es echt ein bisschen lästig, weißt? Also... Mhm. Ging mir vorhin auch so. Ja. Also, so über kurz oder lang werde ich die schon gebrauchen können, weißt? Aber im Moment einfach mal nicht. Was soll ich nur tun? Ich weiß auch noch nicht so recht, was ich jetzt machen soll, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht so recht, was ich jetzt machen soll, glaube ich. Ha! Das... Ne, das will ich dafür eigentlich nicht verschwenden. Und ich will mir den aber auch nicht aufreiben. Ich kann nicht... Hm. Ja. Warte, 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 warte. Äh... Ja, das kann... Äh... Ich? Ja, ne, dann, ähm... Ja, darfst du. Okay. Ich darf. Ja, du darfst. Äh... Ja... Was mach ich bloß? Was mach ich bloß? Was mach ich bloß? Warte, ja. Lest du? Warte... Ach so, in diesen Zug. Ja, ich verstehe. Okay. Mhm. Ja! Aua! Die war klein! Das war noch ein Zauberlehrling! Nein! Äh, ja! Das war nicht höflich! Nee, war es nicht. Aber irgendwie muss ich ja auch mal was machen. Ja, das ist wohl wahr. Achso, warte mal. Ich... Warte, 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 warte. Das brauchen wir nicht. Ja, pass auf. Dann ist egal. Dann nehmen wir jetzt den. Und so. Dann ist der schon mal vom Spielfeld. Das gefällt mir nicht. Hat jemand den Arzt gerufen? Hat jemand den Arzt gerufen? Ich weiß nicht, der Arzt sieht nicht so vertrauensarreckend aus. Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich zu dem gehen würde, zu einem Voodoo-Doktor. Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist ganz ungesund. Au! Ja! Ich kann das auch. Ja, ja, ich merke schon. Warte mal. Na, 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 na. Das ist doch alles eine Kacke hier. Ba, 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 ba. Was glaubst du so? Das ist doof. Das war's. So. Okay. Ja, was mach ich jetzt? Oh, sie auch noch nicht so. Ja, zuhauen wahrscheinlich, ne? Ich vermute sowas schon hier. Ja, das passt mir schon ganz gut. Ach so, verli- ah, okay, das ist ja, ja, für einen ist die Karte super eigentlich, ne? Ja. Dann brauchst du den nur anklitzen. Das ist schon gut, ja. Auf jeden Fall. Das läuft doch ganz gut. Ja, ich wollt grad sagen, ne? Kannst dich nicht beschweren, diese Runde hier. Ja, diesmal sind die Karten nicht ganz so schlecht. Oh. Oh, jetzt kommt sie mit ihren Geheimnissen um die Ecke. Ach ja, meine Geheimnisse, du. Ich sag es dir. Äh, guck mal, die könnte ich eigentlich auch noch nehmen. Und dann so. Nein! Okay. Okay. Verdammt. Muss ich für den hier nehmen. Merci. Ja, das wollen wir mich erstmal nicht weiter interessieren. Aua! Das war's. Das war's. So, guck mal. Jetzt kann ich doch hier mal schauen. Was kann ich denn Schönes machen? Damm, damm, dada. Ich vermute mal, dass du die richtige Karte gekriegt hast. Ich muss jetzt erstmal gucken, warte mal. Ich setz erstmal den hier an. Zittert vor der Wacht, Sturmwind! So, dann. Machen wir den noch hier schon mal gleich hier. Na los, komm schon hier. So. Dann ist der doch schon mal weg. So. Muss ich mir jetzt zu Orben machen? Dann, oh ne, eigentlich nicht, glaube ich. So. Na ja, na ja, weißt du, ich zöger es raus bis zum Sankt Nimmerleinstag hier. Ha, 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 ha. Ja. Ich bin gerade am Rechnen. Ja. Ja, bei 8 ist halt nicht mehr viel. Ja, ich gratuliere dir. Dankeschön, du hast aber auch gespielt. Ja, ich gebe mir Mühe. Also, Revanche geglückt. Ja. Ich danke dir für die Runde. Ich danke natürlich auch jedem fürs Zuschauen. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.